Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Goffin. Ja, da unten haben wir ein paar Orks, gegen die wir noch kämpfen wollen. Da haben wir uns ein bisschen blöd jetzt angestellt gehabt in der letzten Folge. Aber egal, wir versuchen es noch einmal. Die Stunde ist jetzt mal ein bisschen schlauer. Ok, lass mal. Wo ist denn mein Bogen? Es fehlen drei Geschicklichkeitspunkte, um diesen geht. Ich brauche jetzt drei Geschicklichkeitspunkte für den Bogen. Deswegen kann ich den ja nicht nutzen. Ok, jetzt habe ich ein Problem. Ok, das war jetzt ein bisschen doof. Weil wir jetzt zwei angelockt haben, statt nur einen. Ok, aber wieviel haben wir? Wir könnten ein bisschen wieder in Geschicklichkeit investieren. Könnten wir mal machen. Wäre ne Idee, auf jeden Fall. Auch wenn das mal? Ja. So, nochmal ein bisschen was in die Gesundheit reinvestieren. Lassen wir die und das Klarenboot. So, jetzt ein Safe-Game, können wir den nächsten anlocken. Okay, der war jetzt ein bisschen heftiger für uns. So, dann nochmal ein bisschen Sklavenbrot voran. Wenn wir jetzt schaffen die, äh, ganz klar, das ist voll zu bedingenweise jetzt nicht. Ich hoffe. Ne, nicht ganz. Aber nachts schaffen wir auf jeden Fall. Nochmal ein Safe-Game. So, hoffentlich schaffen wir jetzt nur einen anzulocken. Ne, wir locken zwei an. Oh, wir sind schnell. Oh, du Scheiße. Ja. Gut, dass wir hier gespeichert haben. Wir brauchen nur einen von denen. Ja. Nur einer. Genau. So, ok. Dann können wir den da auch. So, Krusper. Da haben wir wieder einen. So, dann brauchen wir wieder ein bisschen. Was für die Heilung. So. Ich glaube aber nicht, dass wir gegen den großen da ankommen. Da sind Orkunde. Kommen wir gegen die an. Ich hoffe es, dass wir jetzt schon gegen die ankommen. Der erste kommt schon auf uns zugelaufen. Oder zugelaufen, ja. Ja, komm. Da kommt schon der nächste. Gefällt mir. Okay. Wie kommen gegen die schon alle an? Wie stark wir sind. So, den auch einmal looten. Da kommt schon wieder der nächste. Langsam. aber ich will jetzt nicht gegen alle auf einmal meister hier und viel leben haben wir jetzt auch nicht bei den unten hier verloren hier ist noch eine tür mit einer tür nice so dann das müssen wir feiern das ist wichtig ich weiß nur wo wir hier gleich rauskommen ja hier kommen wir raus und dann chillt sich da wieder hin für gomess für gomess ok sind wir gleich gegen einen riesen allein auf uns gestellt oder ich hoffe nicht dass wir gegen den riesen alleine kämpfen müssen so 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 das ist und halb weiter da haben wir wieder ein paar Orgrunde glaube ich hier ist er doch alles ok hier ist er doch nicht ok so so dann trinken wir wohl ein bisschen davon nochmal das wäre wohl das beste und hier nochmal ein safe game nein wir laufen lieber ok jetzt sind wir hier tief im Orggebiet woher woher und woher wird hier wir können wir ihre betag woher 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 hier hier 3 3 4 4 war die ersten wir haben hier ein paar Beißer Prozent 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 äh, nein so, das eine Ding, was ich jetzt fallen gelassen habe, müssen wir wieder mitnehmen, so so, das waren jetzt alle Tierglobe, so, dann nochmal den, und nochmal den, so, und nochmal ein Save Game, alter Streitarzt, und ein Tramp, nochmal so ein Riese, ja, ich glaub, wir haben keine andere Wahl, außer gegen diesen einen Riesen-Rail anzutreten, gehen wir mal dahin, wir kommen da eh nicht dran vorbei, und das sind echt verdammt viele Orks da gerade gewesen, und aktuell gegen ein bis zwei könnten wir klar kommen, wenn wir uns schlau anstellen, aber gegen gleich so viele, ne, das wär, das wär zu viel, das wär zu viel auf einmal, und ich glaub, hier in dieses Gebiet sind wir auch uns allein gestellt, hier im Ortgebiet, so, meine Todspur ist ja auch überall, hab ich hier alles voll gebootet auch noch, so, wir müssen auch ein bisschen mehr wieder stärker investieren, damit die Orks hier regelmäßig echte ausschlappen können, ne, 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 So, und, uns ich glaube hier kommen Wir laufen hier einmal in den Millionen und dann müsste ich jetzt gleich links vom Singo sein. Da hast du genau... Da sind eigentlich nur drum herumlaufen. Da ist hier noch ein Turm. So, okay, dann gehen wir einfach mal da entlang. Wegen die ganzen Bluthunder sind wir auf jeden Fall gut klar gekommen. Aber ich freue mich schon, wenn wir auch noch die bessere rüsten, dann eben die schwere Garde rüsten. So, da haben wir diesen einen Riesen. Dann versuchen wir es mal. Das ist so. Da ist es so. Okay. Aber wie jetzt ist das anders erwartet. Ich freue mich an die Trotz hier. Ich bin ein Nagel. Ah, und die kam her an die bitte vorbei. Wester. Hey, was machst du denn hier? Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Satoras und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an dem wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Mine. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt die dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Jo. Speisern wir und hoch. Da bin ich jetzt gespannt, wie viele Orks da auf uns zukommen. Ich bin gespannt, wie wir uns auf uns zukommen wollen. So, wir kommen aus. Nur unsere Abnis. Die nehmen wir auch noch alle mit. Die sind noch. Und das ist noch. Noch und nachher, uns da auch noch in den Weltmeister. Ah, Waffin! Ah, Waffin! Nee, nicht, nicht! Waffin kann man aber nicht bluten, wenn man auch nicht... So, noch mal ein Slate-Game. Ah, noch mal? Wunderbar, Wunderbar! Nein, nicht den Gläfter! Die Hapio! Okay, nice. Sonst gibt's hier, glaube ich, gar nix, oder? Okay, dann müssen wir halt da oben. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. Hm. So einfach komm ich da nicht dran. Okay. Da drinnen sind wieder drei. Von den Harpien. Komm, Lester. Die machen wir fertig. Bist du? Oh, nicht, immer. Oh, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ah, ich bin hier. Ich werde mich mal oben umsehen. So, hier unten scheint es ein Lachs zu gehäbeln, als wenn ich ihn jetzt hinterher nach oben gehe. So, hier ist er. Okay, die? Ah, doch, gar nicht. Da hat er noch einen Schlüssel. Hast du schon was gefunden? Die Truhe da vorne ist verschlossen. Vielleicht gibt es irgendwo in dieser Festung einen Schlüssel. Gibt es irgendwelche Hinweise auf die Urkunde? Nein, bisher noch nicht. Hast du schon in der Bibliothek nachgesehen? Ja, kann man wohlstehen. So, hier ist er. So, hier ist er. Ich bin der Fall. Okay, gut. Wenn ich jetzt ein Radlässtück rausziehe, dann sammel die Erfahrungen gut für dich. So. Dann haben wir hier noch Schildkräuter. So. Hey, wer ist da amüsiert? Nein, nicht den besser amüsiert. Oh, muss man auch noch jeder wählen. Ja, okay dann. Scheiß drauf. Scheiß und den einen. So, und hier haben wir noch einen. So, und hier nochmal den. Alter, geil. Dann nehmen wir alles mit. So. Hier war jetzt nur einer, aber sonst ist hier nichts. Okay, er geht jetzt weiter. So, ich hab' den Läster anzuwenden. So, ich hab' den Läster anzuwenden. Ey, Mann, wir haben was geschafft. Ich geh' dann auch mal mit nach oben. So, Läster. Mal gucken, was wir da entdecken. Unten haben wir aber auch noch nicht alles erkundet. Ich muss hier noch weiter nach oben. Okay. Okay. So, Läster war jetzt hier nur zum Campen oben gegangen. Mal gucken, wo es hier hingeht. Ganz oben unten auf jeden Fall. Und noch eine Träne. Okay. Ah, geil. Siegbringer. Hatten wir schon mal. Wenn wir ja, können wir verkaufen. Und dann suchte Münzen. Ich glaube, die Münzen werden wir noch gebrauchen. Ich weiß ja nicht, wofür wir so viele Münzen brauchen, wenn wir sie haben. Wofür wir die sammeln können überhaupt. So, und hier. Okay, nochmal nach ganz unten. Schauen wir mal, was uns da war. Vielleicht finden wir jetzt auch gleich den Schlüssel irgendwo. Hier ist auf jeden Fall der Kerber. Und dann hier auch nochmal ein Safe Game. Da ist ja noch ein. Wir werden jetzt ein bisschen schneller, ein bisschen flotter. So, Tun-Schlüssel. Und was haben wir hier? So, dann würde ich sagen, hier nochmal ein Safe Game bei Untote. Da hängt einer fest. Keine Probleme. So. Die Verwirrte darf nehmen wir auch noch mit. Und sonst... Gibt's hier nichts, ne? Doch, zwei Druben. Ah, geil. Und die Gerber. So, hier könnte auch noch irgendwo irgendwas sein. Genau. Hier. Okay. Bier nehmen wir mit. Bier kann man immer gebrauchen. Dann ist es so. Ernst wütterter, Ernst. Nötiges Schwert. Und... Handarzt. Und... dann heißt das jetzt eigentlich, wir können... jetzt nach oben zu lassen. Denn wir haben Flüsse. Ich würde sagen, aber wir... ...wir müssen noch ein paar Heilbräuter. Wir machen jetzt hier auch nochmal ein CP. Dann gehen wir hoch. Wo ist die Leiter? Da ist die Leiter. Die Trenntel dauert aber ruhig nach oben. So. Ich hoffe, hier haben wir alles. Ich habe die Urkunde gefunden. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Ist nicht überhaupt der Fokus. Wo sollen die das sein? Ah. Okay, was habe ich hier für Sprüche bekommen? Feuerball, Feuerball, Reißblau, Telekinese. Benötigt Mana C. Teleport zu Wassermagier. Verwandlung Flightwanze. Verwandlung Maulbred. Verwandlung Skibandler. Verwandlung Boil. Vergатьklasse. Verwandlung. Verwandlung Situse. grocery stores. Verwandlung Job. Verwandlungmatris. Verwandlung. Verwandlung sten. Ich habe es hier, Verwandlung jeder für die Aufmerksamkeit. Was ich hier gesagt ist? Wie soll ich den Fokus erreichen? Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Dem Ziel entgegen. Also muss ich da doch nach unten. Ich mache jetzt ein paar Minuten, um das länger bis ich den Fokus habe. Ja, dann folgen. Nehmen wir die hier hinzu. So. Nein! Ja, ok. Heilbräuter? Nachschauen. Nehmen wir den Fokus aus. Ja, er muss noch Bergmus fressen. Genau. Dann mal hoch. Gut, dass wir von dieser Öhe nicht mehr so weit rauchen gehen. So, bevor wir jetzt nochmal runterfallen, mache ich erst noch ein Seel gehen. So. So. Und langsam da hin. So. Dann haben wir hier. Helle Chinesen. Achso. Passt. Es fehlen 3 Mana. Da ging es schon lange zu nehmen. Erst hat. Jetzt ohne Mana komme ich nicht da ran. Das Gewänder. Jawohl! Ja, dann ansonsten würde ich sagen, dann wenden wir die Folge für heute, dann versuche ich das irgendwie zur nächsten Folge hinzukriegen, dass ich die 3 Mana irgendwie auftreibe, wir haben hier noch 10 Lernpunkte. Ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, ich bin's, euer MaxDeus und ciao! 1 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020